Dschungelfieber! Lust auf Bananen? Dann seid ihr hier beim Display Donkey Kong 64? Genau! Richtig! Dann fangen wir jetzt doch mal an, mit den vier Kongs Azteken-Arena zu kompletieren. Und zwar machen wir das, indem wir hier erstmal den Kröter umhauen, mit dir die Schwanzenpeitsche. So, jetzt lassen wir mit dem Schimschuh-Rämmler die Glocken hier durch. Hier oben sind drei Palmen, mit jeweils fünf Bananen. So, noch eine Glocke klingeln lassen. Ich höre, da ist ein Kröter zurückgekehrt. Jetzt geht mir gleich einer aus dem Haul. Oh, oh! Oh, oh! Bananen! Die kriegen wir mit dem Raketenrocker. Das heißt, wir müssen einmal rund laufen. Ich hab's dir angekündigt, du kriegst eine aus dem Maul, Kröter! Noch einer! So! Auf Feuer gehen wir hier erstens zur Fünf und Bananen portieren. Denn dort gibt's immerhin noch einen Ballon für Didi. Der möchte ich immerhin zehn Bananen. So, jetzt! Ahoi! Und die nächste Bananenmedaille! Wunderbar! Geil! Söderle! Wir können das auch abkürzen, oder? Wozu gibt's beim Funky die vier? So! Jetzt gehen wir ins Fass, Didi Only Fass. Wollen dort die goldene Kanade. Da-doin, doin, 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 doin! Dafür gibt's Musikflatte für Tiny! Jetzt fliegen wir rüber zur Statue. Dann schliegen sie dreimal. Dadurch erwecken wir Nicky-Seen, Master Nicky-Seen. Oh, nee, ist der doof. Scheiße. Mit Dschungelfieber lag ich falsch. Falsch. Habt ihr genug von dem Regen? So, ich mach das jetzt anständig. Ah! Einmal. So. Hier kommt Master Nicky-Senior. So, der letzte Boss von King K. Rool ist Donkey Kong Country. Wo er nur seinen Kopf gesehen hat und seinen Hals. Aber er hatte keine Fliegerkappe. So, erstmal Flügelcheck. Ob's so funktioniert. So, der möchte jetzt, dass wir ihm nachfliegen. Dabei Ringe passieren. Da ich jetzt A drücken muss, um dorthin zu kommen. Konnt man ihn zu fließen. So, warten wir auf den alten Sack. Den alten Geier. So. Da wollen wir mal. Die homicide. 2 3 1 2 2 3 So, das müsste es gewesen sein. Formidabel geflogen, Liddy. Mal sehen, was ich dir als Preis geben kann. Hast du wohl eine Banane? Ich würde sagen, dann machen wir mal mal Liddy fertig hier. Wir haben hier erstmal die goldenen Banane. Schön ran fliegen. Und jetzt Rückwärtsgang. Oh, jetzt wieder nach vorne. Zum Lava-Tempel. Da sind ja noch 5 Bananen für Liddy. Ich weiß noch was. Nämlich eine Dilldy-Platte. Da muss Dillys einen Primaten-Power einsetzen. Feed me. Der hat eine... Das war mit F-I-C-K. Und me. So. Gehen wir mal. Der sagte... Feed me. Fütter mich. Auf Deutsch. Achtung. Die Zinger kackt. Die schleiste Schnauhe klappt. Da ist er. Ich lasse ohne wegzuspringen, damit das Gebiss mir nicht nachrennt. Mensch, verreck doch mal endlich. Der will einfach nicht verrecken. Wie gibt es das? So. Peanutpistole. Vier Entnüsse und er ist satt. Schulz. Verfehlt. Mahlzeit. Jo. Überprüfen wir deine Magensäuger. Alte Sau. Aha. Gehen wir jetzt mit Dillys rein, als sie erst dann kommt. Oh, ich hab was vergessen. Stimmt ja. Darum sind ja noch vier Bananen. Irgendwie muss ich jetzt der Kack-Granade der Zinger ausweichen. Eins, zwei, drei, vier. Und im Tempel ist ein Ballon. Da haben wir die Blaupause ja schon abgenommen. Braucht der Herr da nur. Das ist ja fertig. Aber eins bleibt noch für Dillys übrig. Wenn wir nur erst im nächsten Part zählen. Ach, Quitter. Ach, das ist schon ein Acker. Da. So, ist der hier noch einer? Mal noch kurz hier links gucken. Da müssten... Wie heißen sie? Quitter. Da ist Münz. Also Geld. Ha, wie heißen die Fässer? Klopper. Klopper. Das wird der Klopper, Alter. So. Und jetzt Feuer. Geil. Nein. Hier ist ein Dicker. Nein. Die hole ich schon auch nicht. Geht. So. Da sind sie. Ich mach das gerne so. Kurz weggucke, dann drücken. Nur hören. Das ist geil. Nicht gucken, nur zuhören. Da weiß man schon, was los ist. So. Jetzt hol die Banane. Dong. 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 Und Diddy Gong ist hier fertig. So. Wollen wir jetzt Slunky machen mit dem Seins. Wie viel hat der? Hat er drei? Dann fehlt er noch mit dem einer. Da muss ich gleich mal genauer gucken, wenn ich ihn ausgewählt habe im Tausch was. Ne. Der hat vier. Gut. So. So. Ah. Genau. Schluss noch mit dem Bananenstaudeln, die hier auf den Palmen sind. So. Du. 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 Und die nächste Bananenmedaille! Malang, ich muss ganz schön mal hoch in hier. Hier ist 80 und dort ist 85. Ich muss kurz rechnen, ob im Tempel die letzten Bananen sind. Jo, denen sind auch noch 5. Im Tempel ist der Ballon. Also ja! Dann fehlt hier noch die Bananenfee, die kriegen wir mit Tiny. Aber mit der mache ich erst das Käfer rennen, bevor ich zum Tempel gehe. Da war das bei der, wo ich die 3 gesehen habe. Dann ergibt das auch einen Sinn. So. Komm rüber mit deinem, deinem armen Wirbler. So, Traubendrüte. So, nochmal Traubendrüte, extra. Hey, ich hab doch getroffen hier! Hey! Werden meine Treffer hier etwa ignoriert! Weiß Trauben sind schwächer wie Erdnüsse. Da ist er ja schon! Da ist er ja schon! Der letzte Ballon! So! Dann machen wir mit dem jetzt auch die 100 klar! So! So, der Lech! Feuer! Feuer! Aha! Hey! Jetzt trefft ihr ne blöde Ballon, die Lanky! Manni! Er ist jetzt hier pein! So! Nach dem gefühlten hundertsten Schuss das Ziel erreicht! So! So! Da hier nichts mehr sein kann. Achtung, Digga! Wir machen da Sprengwettbewerb! Ich hab gewonnen! Hier das nächste! Dann ist es auf der anderen Seite! Dann müsste noch einer sein! Ich will die Fanate fressen! So! Was müssen wir hier machen? Fliege! Fliege! Wir müssen... Ja! Vier! Fliegen! In 60 Sekunden mit der Fliegenplatsche! Kalt machen! War mache für den Sommer! Keine schlechte Trefferquote! Und so schnell ist der Lenky Kong fertig! Oh, wir haben die 30 geknackt! Geht raus! Aber wir sehen, es ist noch... Hey! Pass auf, Digga! Sonst lasst ich dir jetzt die Luft raus! Es wird abgenommen! Noch einer! Wie viel von eurer Sorte gibt es denn? Wir haben noch Munition mit neuen! Oh, es wird eng! Komm raus hier! Bevor... Oh oh! So! Ich hab's mal wieder extra spannend gemacht! Ich wollte die zwei Munitionskisten da mitnehmen! Waren zwar drei! Aber hätte ich die dritte auch noch mitgenommen? So! So! Teilnehmer! Jetzt zeig, was du kannst! Ich hab vor dem Rennen Angst! Ich hoffe, dass mein Controller gut reagiert! Mein 16 Jahre alter Controller! Ist der 16? 97, ne? 17 Jahre ist er drin! Ähm! Ne! Wenn ich 97 kaufe, dann sind 60 Jahre, stimmt! Ah! So! Und das ist nur ein Anstau-Ling! Wir müssen uns zu Kleini-Tini machen! Weil... Wir als Kleini-Tini oben auf der Musikplatte das Samputage-Saxophon spielen müssen! Und dann trägt uns Squawks zum To- Spitze des Turms und lässt uns da reinfallen! Hätten wir das nicht geschrommen, hätte er gemurzt, weil wir zu schwer sind! Und da Tiny ne Frau ist, schwackt sich Squawks ganz schön aus dem Finster! So! In dem Rennen müssen wir als erstes durch die Ziellinie und dabei 50 Münze sammeln! Zwei, eins, los! Ich werde wieder das Samputage-Team mal die Klappe halten! Ich muss mich konzentrieren! Ich darf aber auch nicht allzu viele Münze liegen lassen! Die lasse ich mal lieber da hängen, wo es ist! Ne! Die Hälfte haben wir? Sehr gut! So, jetzt fremst du ab, Tee! Und jetzt rum! Oh, du käferst schon da! Oh, du käferst schon da! Und hier muss ich noch viel kriegen? Ne, oh! Sieht gut aus! Beim Walkthrow, wo ich schon mal hochgeladen habe, habe ich, glaube ich, drei Versuche gebraucht! So! So! Und jetzt! Ganz! Stark! Ich mag bremsen! Hier fliege ich gerne raus! Und da haben wir die 50! Und jetzt! Gib Gas, Tiny! Gib Gas, Mädel! Gib Gas! Gib Gas! Gib Gas! Ja! Und hier! Und hier ist unsere 31. Wulffverdienste Banane! Geil! Hast gut gemacht, Tiny! Das heißt, die kriegt ja jetzt ihre 100. Banane! Ausrutschen! Ich glaube, die 100% mit Tiny hier schaffen wir nicht mehr in diesem Part! Also! Ach, der Part kommt ja morgen! Und dann machen wir Tiny und Donkey fertig! Und dann! Passkampf! So schnell geht's noch hin! Und wir haben geshingelt, dass wir die Banane haben! Medaille 80! Wir schaffen mal noch die 100 in dem Part! 7! Komm, wir ziehen kurz! 94! Und! 100! Guter Moment, um aufzuhören! So! Danke fürs Zuschauen! Liken, kommentieren, favorisieren, abonnieren nicht vergessen! Danke, tschüss, bis morgen! Guten Morgen!